Mit dem Auto unterwegs? In diesen Tagen macht das einfach keinen Spaß. Der Grund? Benzin ist teuer, Werkstätten sind teuer und jetzt steigen auch noch die Versicherungsprämien. Im Durchschnitt werden Kfz-Versicherungen wohl 10% teurer. Wenn Sie jetzt Post von Ihrer Versicherung bekommen mit einem Preis, dann können Sie damit natürlich die Vergleichsportale mal, wie wir bei Finanzsipp empfehlen, angehen und gucken, was da an Preis rauskommt und können schauen, ob Sie sparen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sparen können, ist sehr, sehr hoch. Vor allem die Haftpflichtversicherung wird teurer, auch bei uns. In Teilen von Südthüringen, in Weimar, im Harz, im Salzlandkreis, sowie im Landkreis Leipzig und im Vogtlandkreis. Aber viele Teil- und Vollkaskoversicherungen werden auch günstiger. Vor allem Neukunden können da sparen. Sparen kann man aber auch, wenn man bei der alten Versicherung bleibt und einige Details im Vertrag ändert. Die wichtigsten Dinge, die man sich anschauen sollte, ist, wer fährt eigentlich mit dem Auto. Wenn Sie alleine fahren oder nur Ihr Partnerin oder Ihr Partner und Sie, kostet das nicht mehr. Wenn Ihr 19-jähriger Sohn mitfährt, kostet es manchmal das Doppelte. Wenn Sie das monatlich bezahlen statt einmal im Jahr, kostet es 10% mehr. Wenn Sie viele Kilometer machen oder vielleicht gar nicht viele Kilometer machen, aber viele Kilometer angegeben haben, kostet das schnell 15, 20% mehr. Wenn Sie eine Werkstattbindung nicht haben, also wenn Sie sagen, Sie wollen die Werkstatt frei bestimmen, dann kostet das 10-15% mehr. Apropos Vertragsdetails. Wer ein Elektroauto fährt, sollte bei der Kfz-Versicherung besonders aufpassen. Beim E-Auto ist besonders zu beachten, dass der Akku so ein Teil ist, das besonders viel kostet, wenn es kaputt geht, durch Kurzschluss zum Beispiel oder auch bei einem Unfall. Also da muss man gucken, dass der auch ausreichend abgedeckt ist. Durch einen Versicherungswechsel kann jeder 100 Euro oder sogar noch mehr pro Jahr sparen. Stichtag für die Kündigung der Kfz-Versicherung, 30. November.